hier gehen mal wieder alleine ein paar monster umhauen die so wie es aussieht einfach nur easy piezy sind sooo komm mal her die fliegender fisch wobei du hast ne schöne farbe eigentlich schal dich um zu hauen äh was für eine quest haben wir denn jetzt überhaupt die da unten na gut das war nummer 2 da flannert auch schon nummer 3 so nummer 3 ach diese riesen korallen dinger muss man wartet mal riesen korallen egal das sie brauchen wir nicht also gehen wir direkt auf den hier da mach ich kaum schade hey aschloch was soll das ihr habt ein ungültiges ziel ausgewählt die halten ganz schön aus und davon muss ich fünf stück oder was zähne sogar ja läuft das ist das falsche ziel hmhm hier ist schon der nächste hier ist schon der nächste so löst du aus wie ein hammer hey copp alles klar alles klar einfach mal aufs schwert gespießt ah das sind schon wieder so ne flatter männer da brauchen wir auch noch drei stück irgendwie stört dass die map hier an der seite so groß ist das ist ein bisschen scheiße das ist ein bisschen scheiße mit der map so die hammer jetzt brauchen wir noch die anderen nebenbei werden natürlich wieder bäume umgehauen und entwurzelt ich stehe nen hammer hey copp auf ja komm ich muss halt jetzt ernsthaft mal gucken ne ja ich hab schon gleich angegriffen ich hab halt einfach kein schwert was besser ist als mein jetziges da geht's runter da wollen wir aber doch da uuuuuh ich dachte das wär so ein riesen viel dabei steht ihr hier nur auf der kante ich weiß ja nicht ob ihr euch noch an die Episode erinnert mit dem ein baum ein holzbrett ich dachte halt das wär auch so ein riesen baum gerade aber nein es war nur ein kleines bäumchen blauhöcker sternkrabbe alles klar die sieht ja knuffig aus so die müssen wir auf jeden fall umhauen so die müssen wir auf jeden fall umhauen so die müssen wir auf jeden fall umhauen 10 stück 10 stück ok ich tue jetzt einfach quer mit einem monster klatschen hier denn anscheinend sind die alle immer so schön verteilt die mobs so die nächste hab ja es ist auch neu dass das hier oben angezeigt wird soweit ich mich erinnere war das eigentlich früher nicht glaubt mit dem letzten update ist das reingekommen denn ja aj200 2008 wird aber noch regelmäßig geupdatet euer ziel ist nicht zu finden ich liebe diese flügel einfach ich nehme an ich nehme an die nächste haben wir und gleich zunächst ne hier kommen angreifte So, zwei Stück noch. Genau, komm her hier. Renn in dein Verderben, Mistvieh. Oh, die hat was gedroppt. Ein Omelette. Yay, da haben wir ja schon ein paar von. Ja gut. So, bevor wir jetzt irgendwo sinnlos in der Weltgeschichte umherdaddeln, holen wir uns hier oben so eine Hardware, weil wir dann später eh wieder hier hoch müssen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Oh, okay. Ach, haben wir doch schon. Äh, wir müssen hier trotzdem noch Monster umhauen. Irgendwie... Ich muss dorthin was abgeben, aber hier muss ich halt noch Mobs umklatschen. Genau, die Bäume waren da noch. Und dann kommen hier schon diese Korallenrehe, Elche, Pferde, was auch immer. Moli, was ist die... Was hält der aus? Holy, hält der was aus Aber ich muss noch mal vier Stück davon umhauen Alter Falter, ey, leck mich fett Ey, da kämp' ich doch lieber gegen Jungtiere Wobei es eigentlich kommt wie gesprungen Die sind gleich stark Also die halten gut was aus Gut, ich habe jetzt mal die Minimap oben weggemacht Die geht mir so auf den Sack gerade So, einer noch Och Dann müssen wir halt noch die Bäume umhauen und noch irgendwelche anderen Tierchen Die wir alle hier oben finden Ja gut, dann gucken wir mal weiter Was? Was greifen wir eben auch so an? Die machen halt auch ganz komische Geräusche Das ist so, keine Ahnung Ganz komisch halt Da leuchtet was Das muss ich bestimmt einsammeln Ob mich das Jungtier angreift? Nee Cool Ah, okay, das sind die Algenproben Da hinten ist die nächste Da oben ist wieder einer Ja Ja Nehmen Ich will nicht zu der Algenprobe Da ist so eine komische Pflanze Ach, scheiß drauf Na, jetzt angreifen können sie mich Äh Äh Drei Nummer vier ist da hinten Ich bin fast down, ey Nein Man hat mich entdeckt Nein Weeg Lasst mich Uuuuh Uuuuh So, die haben wir jetzt Die müssen wir wo abgeben Am Arsch der Welt wieder mal Gut Dann suchen wir uns jetzt ein sicheres Plätzchen Erstmal Wo wir uns auch regenerieren können Denn die Tierchen haben ja doch Gut Schaden gemacht hier Uuuuh Uuuuh Gut, wir bleiben hier Ja Ja Das war's auch mit der Folge jetzt Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr da lasst noch oben Da lasst Kommentare da Und ich hoffe wir sehen uns Im nächsten Video Bis dann bleibt entspannt Genießt den Tag Und bye bye Bis dann Bis dann ts Untertitelung des ZDF, 2020